. . . . . . . Hallo, Leute. Mein Name ist Sami. Aber du solltest es mittlerweile, glaube ich, schon wissen. Heute ist ein großartiger Tag. Denn ab heute ist die Sonderausgabe des Slimani. Es gibt es endlich endlich. . 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 Hey, Leute. Ich bin's. Euer Janni. Mein neues Buch. Das Böhmermann-Prinzip. Oh mein Gott, die goldene Schrift. Oh, echt mega. In dem Buch wird auch die Frage geklärt, wie man einen leblosen, 80 Kilo schweren, nach exotischem Duft-Shampoo-riechenden Peeling-Perser möglichst fachgerecht und ohne Gefühle zu verletzen entsorgen kann. Aber eigentlich geht es in dem Buch hauptsächlich um mich, um mich, um mich. Ich, 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 ich. Und wie ich es geschafft habe, einfach immer nur ich selber zu bleiben, obwohl mir alle davon abgeraten haben. Mega geiles Buch. Kauft euch das heute und ihr schämt euch schon in fünf Jahren dafür, dass ihr es einfach heute gekauft habt. Einfach nur mega gut. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, ich kriege eine Emotion. Ha, ne, doch nicht. Diesmal Neo. Multifixion. Viele Amn. Ich haupteствcmg Mitmens. Untertitelung des ZDF, 2020